Meine Freunde, ja, wir haben hier Halloween, und ich habe noch ein paar Monster mitgebracht. Schaut euch genau an, was jetzt kommt. Ich hole das erste Monster rein. Das erste Monster ist da. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch ein Monster mitgebracht. Schaut genau hin, was jetzt kommt. Da habt ihr das nächste Monster. Das andere Monster kann ich euch nicht zeigen, weil es kein Monster ist. So, und jetzt geht's los. Alle auf die Knie. Da seht ihr die Monster. Das eine Monster sieht man nicht wirklich. Das hintere Monster. Das hintere Monster sieht man nicht. Und da seht ihr die Monster. Das kann man wieder rüber. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Aber ich gehe noch nicht weiter mit euch ab. Die werden euch alle! Wollen wir mal rotzfrech sein? Wollen wir mal hier klingeln gehen? Süßes oder saures? Ja, los! Ja, los! Nein, machen wir nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Trotzdem, Leute, guckt euch genau an, was hier abgeht. Wie gefährlich wir aussehen. Ich glaube, uns will niemand begegnen. Keiner will uns begegnen. Weil wenn wir kommen, wächst kein Gras, Leute. Süßes oder saures. Hast du was zu sagen? Nein. Hast du was zu sagen? Nein. Hab ich was zu sagen? Tschüss. Ich hab nichts zu sagen. Ich hab irgendwas husten hören. Tschüss. Hahaha, wo bist du? Ich auch. Kann man auch. Wo bist du? Ey, ich suche mir keine Leute. Ich finde sie. Ich liebe Halloween. Also Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Sollte es heute bei euch klingeln, kann es sein, dass wir davorstehen und machen Süßes oder saures. Bekommen wir nix von euch. Tja, da haben wir Da haben wir vorgesorgt. Ah, das heißt, die ist oder saures, ne? Mal gucken, was du kriegst. Da gibt's eins. Ihr bekommt von uns einfach faule Eier gegen Kopf. Hab ich extra drei Jahre gesammelt. Ja, 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 ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Hast du was zu sagen? Ja. Süßes oder saures. Okay, also, was ich sagen, Leute? Tschüss, peace. Ich werde euch trotzdem finden. Guckt mal genau in die Augen, Alter. Peace. Und schaut nicht auf meine Nase. Also, denkt dran, Leute. Sollte es wirklich klingeln und wir stehen davor und ihr gebt uns nichts, dann habt ihr großes Problem. Weil, dann kommt der, der kleine Pitbull und der greift euch an. Und der will noch ein Pitbull. Dann haben wir hier noch ein Pitbull und wenn der euch angreift, ist eh vorbei. Und wenn ich komme, dann ist es komplett vorbei. Also, wisst ihr Bescheid, meine Freunde? Wir hauen jetzt ab. Tschüss. Tschüss. Man merkt eins. Er ist kein richtiges Monster. Tschüss. Wie groß. So, wir gehen nochmal runter und sagen allen Leuten Tschüss. Allen Leuten Tschüss sagen, man sieht ihn nicht. Jetzt sieht man ihn. Tschüss. Tschüss. Tschüss, meine Freunde. Tschüss, meine Freunde. Und passt auf, wer bei euch klingelt. Bis später. Wir kommen zu euch. Klingeln. Ha, 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 ha.